Hallo und herzlich willkommen. Ja, sorry für den abrupten Ende des letzten Parts. Das waren leichte Speicherprobleme. Ich kann leider schwer weiter aufnehmen, wenn die Festplatte voll ist. Deswegen habe ich leider ein bisschen das nicht bemerkt. Wie man sieht, ich habe ein bisschen vorausgespielt, wie man auf der Karte sieht. Egal, ich werde jetzt trotzdem von hier aus nochmal starten. Aber es war jetzt eher, ich hätte hier auf den Gründen starten können, aber ich dachte mir, ich zeige euch trotzdem den langen Weg, der eigentlich nur hier von Kanonen und eigentlich gar keine Kanonen mehr hat jetzt. Und dann habe ich hier irgendwie mehr gebracht, also wirklich nur ein letzter Part, einfach nur mit Fighting und zeigt, was du kannst. Verdammt, äh, ja. Ach komm schon, ich wollte das eigentlich... Und das kann ich auch. Yeah! Ich finde das so cool. Ich kann eins von diesen ganzen Schiffen auf meine Gegner stürzen. Das ist awesome. Oh, da war ich. Ich habe irgendwie die ganze Zeit auf den Gegner geschaut. Ja, das ist... Ich habe so viel Geld. Oh, nochmal! Das war auch noch... Das ist doch nicht so episch wie ein ganzes Schiff, aber... Hey! Ich meine, die KD kaum... Und sie kaum, dass ich vorausgespielt habe. Oh, meine Kette! Meine wunderbare Kette! Also, ich finde das Spiel trotzdem noch aus im Kampfsystem. Ach komm! Ich war gerade beschäftigt. Das Spiel ist sowieso live, weil die nicht blocken. So, nehmen wir noch was mit. Komm her! Die sind sowieso live, weil die nicht blocken. Kommt meine... Gefährten! Wann war das? Der ist gerade so komischer gesprungen. Ach komm, der war fast down. Na gut, da treffe ich glaube ich niemanden. Egal. Ist trotzdem scheiße, weil die einfach... So viele Gegner sind und ich... Also, so viele Figuren eher. Ich einfach nicht... Wow, level up schon wieder. Ja, Moment mal langsam. Pitchet wieder was. Okay. Boah! Was hat mich denn jetzt getroffen? So, unter mir noch einer. So, glaube ich. Keine Ahnung. Okay, den hätte ich. Das ist auch so richtig so. Äh! Jawoll! Was ist das? Und? Da kommen wir mit der neuen, verbesserten Fidget. Büffelburger. Awesome. Ich hab Büffelburger bekommen. Ich hab aus meinen Feinden einen Burger gemacht. Ja, das war der letzte. Gut, hier können wir nur kleine Cuts sehen. Aber das war es eigentlich auch schon. Auch nur sowas nahezu wie, jawoll, jetzt hier steht das Ende bevor oder so. Ja, ist schon so ein Standard-Gelaber. Ich könnte ja nicht schauen, ob ich noch irgendwas craften kann, was verbessert ist. Ach ja, das ist dann... Mehr Fidget oder mehr Angriff? Ne, warte mal. Das ist in jeden Fall besser. Ne, kann ich nicht mehr. Ah! Ach, das ist ein Büffelburger. Halbrüßer gekocht auf einem Brötchen mit etwas Butter, ist er wieder. Your trend. Wieso bin... Was ist denn... Wieso... Hab ich denn das ganze Geld ausgegeben? Ich hab ja gerade eben das hier Geld gesammelt. Echt? Ich kann auch durchspringen. Egal. Und oben ist der letzte Speicherpunkt. Und bringen wir es hinter uns. Hoffen wir, dass wir es schaffen. Und was von dir, mein Freund? Ein Jahrzehnt habe ich gehört, die Geschichte von deinem Todes. Auf der Hand eines Kindes. Nicht mehr. Jetzt hier bist du, nicht nur lebendig, aber ledigend die sehr Kreaturen, die wir verabschieden haben. Du hast verabschieden, nicht ich. Was ist mit dir passiert, Cassius? Cassius? Du nicht erinnerst dein eigenes Name? Was haben diese verdammten Moonblüten für dich getan? Was hast du mich? Cassius! Das ist wer du bist! Nicht ihn! Du bist Jinn, jetzt! Ich... Du bist jetzt erinnerst, nicht wahr? Nichts zusammen, nichts stand in unsere Weise. Wir haben diese Welt zusammengezogen. Und zusammen, wir können mit dem, was wir begonnen haben. Du hast die Deathen von vielen Menschen gegründet. Viele Moonblüten. Moonblüten Sympathisern. Jeder, der stand in deine Weise. Ja. Und du hast sie rausgebracht. Lower deine Bedeutung, mein Freund. Erstens, wir zerstören diese Moonblüten, einmal und für alle. Dann kann ich dich helfen, von diesen Fantasien, die verabschieden, die deine Meinung verabschieden haben. Just... Listen zu mir. Cassius war mein Name. Das ist nicht wichtig. Das ist alles, was wichtig ist. All diese Menschen, die ich verabschiede, Fidget. Wie kann ich mich noch nicht verabschieden, in ein paar Tage? Du kannst nicht, Dust. Das war nie immer über Verabschieden, Cassius. Aber dann... Du bist nicht, Cassius. Aber ich verabschiede seine Form, seine sehr Liebe. Das ist nicht wichtig. Warum stimmst du das? Weil du nicht nur Cassius bist. Jinn nicht sterben diese Menschen. Jinn saved Aurora und Mudpot Village. Jinn stoppt Fuse, saved Lady Tethys, und jetzt ist er die einzige, die gegen General Gaius ist. Cassius würde die Moonbloods aber Jinn... er würde sie schützen. Nein, Fidget. Dann kommst du endlich zu deinen Sensen. Jinn ist tot, wie Cassius ist. Ihre Säte jetzt leben in mir, und ich, immer wieder zu leben, immer wieder zu kämpfen. Immer wieder zu kämpfen. Immer wieder zu kämpfen. Aber so lange ich leben, ich habe noch eine Wahl. Dann, was du bist? Ich bin Justus Incarnat. Bringen zu diesem Welt, von forcesen, außerhalb von deinem Verständnis. Ein Sturm, um über die Land zu spüren, und es zu schützen, von deinem Schmerz. Ich bin Dust. Und deine Kampagne endet hier, Entschuldigung, deine Kampagne, und zurück. Oder du wirst ein Schmerz wie ein Schmerz dieser Welt gesehen hat. Cassius, bitte, nicht so machen. Du wissen, du kannst nicht gewinnen. Wir beginnen. Was ist das? Awesome. So. Was? Okay. Okay. Es sieht bisher ganz einfach aus, auf irgendwelches Gefühl. Das wird's nicht. Autsch. ... ... ... Yep. Und erst mal gleich ein paar Schläge in sein Gesicht. Ja, kannst du auch mal was machen, außer Blüter rumzustehen? Oder sterben? Oh, ich bin ein Feind, lass mal die Unschuldigen hier wohl. Ja, ich bin ein Feind. Ich bin ein Feind. Du bist nicht mit uns. Du nicht erinnerst, du nicht erinnerst, du nicht erinnerst? Ich erinnerst alles. Und es ändert nichts. Ich bin ein Feind. Im Bruchgebsal gab es nur einen Trailer und den fand ich so awesome. Wow. Kommst du näher? Ich hasse dich. So, ich muss jetzt... Ich war grad dabei, ihn megamäßig in den Boden zu rammen und... Das Spiel sagt so ein Nope. Ah, ich wollte gerade meine zweite Rolle auszellen. Ich schläfste mal. Ach komm! Mann! Aber na, das Poletik hat nicht wirklich viel Geld aus irgendeinem Grund, obwohl ich eigentlich vorhin den ganzen Part, habe ich da irgendwas gekauft, irgendwas verkauft, irgendwas gekauft, was ich nicht hätte sollen, was ich aus Versehen gekauft habe, eigentlich nicht. So, warte mal, ich möchte mir jetzt kurz was gucken. Da bringt ja nicht wirklich viel, damit habe ich jetzt auch nicht wirklich viel wieder drin. Das ist echt merkwürdig. Dieser Amt hat er auch mal, das will ich nicht. Nein, das ist schwer, ich bin hier wieder fast an meinem Zeiten-Limit. Egal, die Folge wird halt eben länger. Der Vorteil ist ja, dass ich das mal nicht die Katze jetzt angucken muss. Ja. Geh, picknest und so. Oh, ich habe mit dem Licht am Boden geschlagen und das hat ihm trotzdem schattet. So stark bin ich. Okay. Wow. Oh gut, allerdings geht es gerade voran. Aber jetzt haben wir mich die ersten zwei Runden hier auch nicht wirklich auf die Probe gestellt. Naja, der dritte war irgendwie Stirb. Jawohl. Ach komm. So. 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 So, das wollte ich eigentlich. Verbrauchen wir mal wieder ein bisschen was. Boah, ich habe es recht nicht. Ach komm. Hey. Er cheatet. Wo ist er? Oh. Ja, ich war doch nicht mehr in seiner Nähe. Ich habe das Schiff gerade immerhin. Wow. Oh, und da kam also nichts. General Dines. Oh, da bin ich aber gerade noch ausgeliehen. Ich glaube, ich kann das schaffe. Also wenn ich diesmal, wenn ich die Runde auch verkacke, dann mache ich erstmal einen Cut. Dann müsst ihr euch echt auf das Ende, auf nächstes Mal. Ich finde es toll, wie ich auch mal Schaden kriege. Zumindest eine Schadensanimation. Ja. Okay, das war dumm. Das war jetzt echt krass. Ich finde es auch wirklich toll, dass ein einigen Soldaten auch getaubt werden können. Jawohl, diesmal sieht es ja schon ein bisschen besser aus. Oh ja, das sieht aber schon viel besser aus. Das sieht aus, als... Jawohl. Ja, Gaius und schreibt Cassius. Tippfehler. Oh, geht er schon gleich weiter. Wir haben Lava hier. Stirb. Ich habe ihn genau da, wo ich ihn haben will. Das war alles abseht. Alles am Plan. Das sowieso. Ich finde es toll. What the fuck? Ja, wir sehen im nächsten Part mal endlich das Finale. Und wir sehen im nächsten Video vor. Und das Miniker. いきます, mein神? Dann leisten wir in den Tag. Okay. Und...